So, jetzt sind wir an einem Stand, da habe ich mich besonders darauf gefreut, weil ich die Jungs schon ein paar Jahre kenne und zwar ist das Taggart aus Polen. Das ist eine Bekleidungsfirma, die wirklich, wirklich gute Jagdsachen herstellen, ganz interessante Geschichten, ganz oft kleine Details, die nicht schwer umzusetzen sind, aber die irgendwie wirklich kleine Probleme lösen und absolut super nützlich sind und tolle Materialien, tolle Sachen. Ich habe selber ein paar Sachen von denen und da wollen wir uns jetzt mal zeigen lassen, was es gerade zu Neues gibt. Ich kann es aber gleich sagen, ihr werdet das nicht bekommen, weil das in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Wir reden darüber und wir haben da auch die eine oder andere Idee, aber mal schauen, ob das dieses Jahr noch was wird. Ich halte euch da aber auf dem Laufenden, aber ich wollte euch die Marke einfach mal zeigen, weil das ist wirklich gutes Zeug, das ich seit Jahren wirklich gerne trage. Und jetzt schauen wir mal, was es zu geben. Okay, das ist Tande Thermo 2, die zweite Version des Jackets. 4-Layer. Actually, you have outer-layer Jacket, wo es insuliert, nicht viel insuliert. Und das zweite Jacket, das gibt es mit dem Temperatur. Es funktioniert in dieser Weise, dass die Luftspiel ist, wo es eigentlich auch in der Luftskarte gibt. Du hast die Luftskarte und steigen auch in der Luftskarte. Und wir haben ein Lupa System, das ist nicht zippt, aber das Lupssystem, das Helps auf dem Lups. Das Helps, dass du dich in die Luftskarte schüttest und es viel besser ist als die Zipp. Das ist unsere Lösung, das heißt Lupa. und man kann auch die Outer Jacket und die Leidung separat sein. Es ist wirklich warm. Wir haben den Test, dass in einer Stunde, wenn man aktiv ist, in einer Stunde, das Resultat zeigt, dass es minus 70 Degrees ist. Die Welt-Rekord der Welt ist minus 72. Wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Tempel erreichen. Wir haben die Träuser. Und der zweite System in der Jacket ist Siren X-Hound. So in den Plänen, wo man sich bewegt, und es ist ein Riesk zu machen, man hat eine spezielle Fabrik, von Siren. Und der Hood. Wir haben vier Systeme in einem Produkt. Die Hood ist in der Lage, dass man die Hunde auszupen kann. Man muss die Hood auszupen. Man kann die Hood mit der Jacket auszupen. Man kann die Hunde auszupen. Man kann die Hunde auszupen. Man kann die Hunde auszupen. von uns. Und wie ist das? Flex! Ja, sieht das so auszupen. Aber praktisch ist es wirklich praktisch. Praktisch. Man kann natürlich unzippen, aber wir entwickeln so, dass man nicht unzippen kann. Und das Air-Free-Ventilationssystem entwickelt auch so, dass man die Vents auf der Backen und nicht unter den Arm. Und wenn man die Ventsilung geht, dann wird es in die Ventsilung durchgeführt. Wir haben die Ventsilung-Version. White, Camouflage, Brown, und Orange. So, this is the set for Spring-Summer, actually with rocks finishing the fabric. So, this is hybrid membranes on the palms, where you can see the camouflage. The trousers, there is a fabric without membrane, so it gets a better breathability. It's really beautiful to the body. You can see on Mateusz that this long arm, longer arm, it's better for shooting actually, it doesn't get it too short. And what is important to, because the main goal is to breathe better breathability, there is a Zephyr system, ventilation system on the palms and here on the back. So, when you're moving, the air is circulating inside, so it's very fast ventilation actually. And the hood, what is nice in the hood is that it's adjusted the head, so you can follow your head when you're moving and you can reveal the ears. Yeah. And when it's rainy weather, in the morning maybe, you get some rain, so you have secured back. Yeah. I use it, I like it really much. And I've never seen it, in any other rain. Yeah, so you don't have to unzip the hood actually. Yeah. So, year by year actually. Oh, that's the news actually. You can put the ball here, so it's more ergonomic solution. Yeah, it's very nice. It's a small pocket for the ball that you don't have to have it in other pockets, so you feel free. And year by year we develop the hood and the system we start, we make small steps to develop, to be more efficient, more useful. And this is the camouflage, set up with the same jacket and same clothes, right? That's the ice kit, actually the camouflage. Looks nice. And here is the loader. The ball pocket you have also here. So it stays calm and stay tight, you need to have extra space outside the trousers. It's an event system, actually. The trousers works really well when you're moving, it's opening and closing, so it's pretty fast circulating the shoes. So please don't worry about that. Visit the floaters. Oh, yes! You can't stop here, you can't stop here. But you're still excited. Are you still not ready? You're still very busy. I'm just gonna stop here, you're still pretty fast being a little bit. I'm not going to stop here. So it's like, you have to stay and die, you're still kind of struggling. Untertitelung des ZDF, 2020